Ich grüße euch. Das hier ist Chapter 11, das ist Kapitel 11 der Informatik 2. Beste Größe hier aus dem Falcon Cockpit. Das ist Kapitel 11 und die ganze Vorlesung hat nur 12 Kapitel. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass wir uns mit 7 Meilenstiefeln tatsächlich dem Ende des Semesters nähern. Ihr habt so lange durchgehalten, wir hier haben so lange durchgehalten. Gar nicht schlecht. War ein schwieriges Semester, aber ich denke, wir haben es eigentlich ganz gut hinbekommen. Bevor wir aber den Deckel drauf machen, gibt es hier noch etwas Interessantes zu berichten im Kapitel 11. Eine Datenstruktur, die uns den Zugriff auf gespeicherte Worte, wie wir das genau meinen, werden wir gleich im Detail erläutern, erlaubt. Aber auf ganz andere Art und Weise, auf flexiblere Art und Weise, sehr clevere Art und Weise und sich damit von den bisher etablierten Strukturen wie Hashtables oder den Suchbäumen, die wir besprochen haben, doch unterscheidet. Okay, also das könnte ganz interessant werden. Er öffnet ein anderes Feld von Use Cases, von Applikationen, die man damit bauen kann. Und als Vorgriff im letzten Kapitel, im Kapitel 12, werden wir eine Brücke bauen von der Welt C0 in die Welt der Programmiersprache C. Also eine Brücke aus der Welt der Lehrsprache, die wir benutzt haben in den letzten Wochen und Monaten, in die düstere, dreckige Welt der realen Programmierung mit C. Okay, und ihr werdet sehen, dass sich da einige Dinge sehr, sehr natürlich ergeben und einige Dinge schmecken wie C0 und einige Dinge doch ganz anders. Aber das hier ist Vorgriff. Komm, lasst uns erstmal hier in Kapitel 11 bleiben und diese neue Datenstruktur besprechen, von der ich gerade erzählt habe. Lass mal da hinschalten. Ja, und zwar sind das die Trials. Okay, das ist der Name der Datenstruktur. Wenn ihr einen Streit eröffnen wollt in einer Kneipe sozusagen unter Informatikerinnen, wie wird denn diese Datenstruktur tatsächlich ausgesprochen? Dann wird die Hälfte der Leute da draußen sagen Try, die andere würde sagen Tree. Wir werden im Rahmen dieser Vorlesung Try sagen, einfach um sie von unseren Freunden, den Trees, zu unterscheiden. Okay, also wir werden über die Try-Datenstrukturen sprechen. Was hat es damit auf sich? Alles klar. Tries sind eine Variante von Bäumen, wie wir sehen werden, aber es sind sogenannte Präfixbäume, die uns sehr, sehr effizienten Zugriff auf den Inhalt dieser Baumstrukturen zulassen. Selbst wenn wir nur einen Teil, die ersten paar Zeichen oder die ersten paar Bits eines Keys suchen, eines Schlüsselwertes suchen, den wir in unserer gespeicherten Datenstruktur irgendwie auffinden wollen. Okay, du gibst mir nur die ersten paar Zeichen, wenn wir von Worten, vielleicht Strings reden oder vielleicht nur die ersten paar Bits, wenn wir von ganz beliebigen Werten, Schlüsseln reden, die wir in unserer Struktur gespeichert haben. Das ist schon genug Information für den Try, um wenigstens seine Suche schon mal zu beginnen und einzugrenzen. Okay, das ist eine sehr, sehr interessante Sache. Das ist anders als die Suchdatenstrukturen, die wir bisher besprochen haben. Da musste der Schlüssel, der Key, der musste immer vollkommen bekannt sein mit all seinen Bits, mit all seinen Zeichen. Erst dann konnten wir eine entsprechende Hash-Funktion anwenden, um daraus einen Hash-Wert zu berechnen. Erst dann konnten wir unsere Navigationen im Binary Search-Tree oder im AVL-Baum sozusagen anstoßen. Nicht so bei den Tries, da reichen schon die ersten paar Zeichen oder die ersten paar Bits. Damit kann man eine ganze Menge interessante Dinge bauen. Was man damit aber auch bauen kann, eine Applikation, die in der Nähe, in das Feld der Tries fällt, das ist ein weiteres Game, das sogenannte Bogle Game. Ein Spiel, das man auf einem rechteckigen Gitter von Buchstaben spielt. Also endlich mal wieder eine Gelegenheit, hier in dieser Vorlesung meine Natur als Zocker auszuspielen. Ganz hervorragend. Wir geben uns ein Feld von B mal B Buchstaben. Eigentlich ist das Feld nicht unbedingt quadratisch, aber in den klassischen Varianten von Bogle hat man B gleich 3 oder B gleich 4. Ihr seht hier unten in meiner Slide B gleich 4 offensichtlich. Und die Regeln sind denkbar einfach. Jemand gibt euch so ein zufälliges Feld von B mal B oder 4 mal 4 Buchstaben. Hier bist ihr entsprechend irgendwie aufgezeichnet. Ihr sucht euch einen beliebigen Startbuchstaben innerhalb dieses Feldes und versucht ausgehend von diesem Startbuchstaben ein beliebig langes Wort. Ein Wort, das in einem Lexikon natürlich vorkommt. Ihr dürft von dem Startbuchstaben ausgeben, zum Beispiel wenn das hier unser Startbuchstabe ist, das H zum Beispiel, dürft ihr die benachbarten Felder, auch diagonal benachbarte Felder, auf diesem Bogle Board besuchen, um daraus das nächste Zeichen eures Wortes zu bilden. Also von H geht es zu E, von E zu A, von A zu T. Ja, das ist schon ein Wort, in einem englischen Lexikon jedenfalls. Das ist nämlich das Wort Heat. Und das wäre dann ein gültiger Spielzug, der entsprechend auch Punkte gibt in so einem Bogle Game. Okay, auf diesem Spielbrett, das ich mir gegeben habe, ihr seht hier in diesen fünf Spielbrettern, die ich auf dieser Slide wiedergegeben habe, sind die Buchstabenkombinationen gleich. Aber ich kann mir natürlich andere Worte bilden. Zum Beispiel ausgehend von diesem T hier ist das benachbarte E zu erreichen, von da aus das A und das M. Das ergibt Team, ganz hervorragend. Oder hier oben vom D ausgehend, hier oben aus der Ecke, kann ich diagonal E und A erreichen, dann diagonal nochmal das N hier an der Stelle. Das wäre das Wort Dean. Lasst euch nicht davon ins Boxhorn jagen, dass alle Worte, die wir gefunden haben, zufällig vier Buchstaben besitzen. Das ist Zufall. Ich hätte hier zum Beispiel auch noch das Wort Dean zu Deans, den Dekanen, sozusagen fortsetzen können. Und dann hätte ich ein fünfzeichenlanges Wort gebildet in Bogle und hätte dafür mehr Punkte einkassiert. Ganz hervorragend. Weitere Regel, man darf keines der Felder doppelt betreten. Das ist hier zum Beispiel in dem letzten Bogle-Feld der Fall. Da habe ich versucht, das Wort Zelt oder Tent zu bilden mit T, E, N, T. Das wäre aber ein doppelter Besuch des gehighlighteten T's hier an der Stelle. Geht gegen die Regeln von Bogle, ist an der Stelle nicht erlaubt. Shoo hier, das vierte Wort, das ich gefunden habe, das wäre vollkommen in Ordnung. Ich kann nochmal auf ein richtiges Bogle-Board hier, so ein webbasiertes Bogle-Board rüberschalten. Hier habe ich mal eins mitgebracht mit Klein B gleich 4. New Game. Lass das mal irgendwie neu bauen. Und dann können wir mal gucken, ob wir hier entsprechend irgendwie Worte finden. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Jetzt ist das natürlich alles total live hier. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt tatsächlich gute Wind-Worte finden kann. Oh, guck mal hier. Turbo. Okay, alles klar. Oder Rust. Okay. Oder ihr seht schon, glaube ich, wie die ganze Klammata ab vor sich geht. Komm, wir können noch einen finden hier. Das wäre irgendwie Freight. Das ist ein Eigenname. Steht nicht im Lexikon und wäre irgendwie kein Punktwert hier an der Stelle. Ihr seht wahrscheinlich eine ganze Menge von Get. Get. Die Worte müssen mindestens drei Buchstaben lang sein und so weiter und so fort. Und ja, ich glaube, ihr habt ja entsprechend die Spiele hier verstanden. Ich sehe natürlich auf dem Video vor lauter Blindnis überhaupt gar nichts mehr. Macht ja auch nichts. Alles klar. Das ist das Bogle Game. Okay. Ja. Das ist ein interessantes Spiel. Als Informatiker entwickelt man ja so den Reflex, sich zu denken. Mensch, hätte ich doch irgendein Computerprogramm, das mich beim Spielen von Bogle unterstützen könnte. Oder so richtig weit gedacht. Mensch, ich habe doch was Besseres zu tun, als Bogle zu spielen. Kann ich mir nicht ein Programm schreiben, das Bogle für mich spielt. Ein Programm, das ein richtig großes Lexikon kennt, dem ich ein entsprechendes Bogle Board, wie das ich gerade hier im Web gesehen habe, irgendwie, dem ich das vorsetze. Und der fängt dann an, mithilfe seines Lexikons sofort, wahrscheinlich in Sekundenbruchteilen, die entsprechende Lexikon zu durchforsten und alle gültigen Worte auf dem Bogle Board zu finden. Alles klar. Das könnte man sich als Aufgabe stellen. Wie könnte man einen Bogle-Spieler, Darum habe ich das hier an der Stelle irgendwie unterstrichen, gekennzeichnet. Wie könnte man den implementieren? Okay. Also kein Bogle-Spiel, so ein webbasiertes Spiel gerade, sondern ein Agenten, eine AI, eine Artificial Intelligence, ein Gamer, der tatsächlich sehr, sehr effizient und sehr, sehr schnell Bogle spielen kann, wenn ich ihm denn nur ein Lexikon mitgebe. Natürlich müsste ich irgendwie in meiner Implementation dieses Dictionary, also der Container aller gültigen Worte, die das Bogle-Spiel akzeptieren würde, die muss ich in meiner Applikation irgendwie verwalten. Okay. Dann würde ich mir das Bogle Board hernehmen, würde mir da einen Startbuchstaben greifen. Okay. Irgendwelche Startbuchstaben. Jeder von den Buchstaben muss irgendwann mal dran glauben. Und dann würde ich von dem Startbuchstaben ausgehend Zeichenfolgen bilden. Erstmal der Länge 1, der Länge 2, erst ab 3 zählt es tatsächlich irgendwie richtig Punkte. Aber schon vom Startbuchstaben ausgehend habe ich 8 mögliche Nachbarn. Die diagonalen Nachbarn sind auch in Ordnung. 8 mögliche Nachbarn, in dem ich mein jetzt gerade mit dem Startbuchstaben begonnenes Wort fortsetzen könnte. Also schon nach dem Startbuchstaben habe ich 8 Möglichkeiten. Eine von den 8 Möglichkeiten suche ich mir aus. In dieser Position habe ich von dem zweiten Buchstaben aus gleich wieder 8 Möglichkeiten. Es sei denn, ich befinde mich irgendwie am Rand des Brettes. Ihr wisst, wovon ich spreche. Die Anzahl der Zeichenfolgen, die ich so bilden kann, die wächst ungeheuer schnell mit der Länge der Zeichenfolge, die ich gebildet habe. Das ist ein richtiger exponentieller Prozess, der da an der Stelle irgendwie vor sich geht. Natürlich darf ich kein Feld doppelt benutzen und so weiter. Aber die Anzahl der möglichen Zeichenfolgen mit jeder Verlängerung der Zeichenfolge wächst sehr, sehr, sehr stark an. Um das so ein bisschen effizienter zu gestalten und mich von Zeichenfolgen zu befreien bei meiner Suche, die tatsächlich überhaupt nicht mehr in dem Dictionary vorkommen, könnte ich mir die Taktik überlegen, alle Zeichenfolgen, die ich bisher gebildet habe, deren Präfix, deren erste paar Buchstaben, vom Wortanfang gemessen, die ersten paar Buchstaben, wenn diese ersten paar Buchstaben schon nicht im Dictionary vorkommen, dann kann ich meine Suche an der Stelle gleich aufgeben. Okay? Ein in dem Dictionary nicht vorkommender Präfix, den kann ich auch durch das Anhängen weiterer Buchstaben irgendwie nicht zu einem gültigen Wort verlängern. Sondern sobald ich irgendwie aus der Menge der gültigen Präfixe irgendwie raus bin, kann ich die entsprechende Zeichenfolge oder diesen optionalen Pfad durch mein Boggelbrett sozusagen irgendwie verwerfen. Alles klar. Ja, das hört sich gut an. Das könnte eine Strategie sein. Fragt sich bloß, welchen Implementationscontainer wir an der Stelle verwenden. Was ist die Implementationsdatenstruktur, um das Dictionary zu verwalten? Am besten eine Datenstruktur, die uns erlaubt, auch schon mit den ersten paar Buchstaben der Zeichenfolgen, die wir gebildet haben, mit einem Präfix, auf diese entsprechenden Container zuzugreifen. Um diese Präfixe oder die ungültigen Präfixe zu erkennen, muss es möglich sein, auf den Container zuzugreifen, ohne dass wir die gesamte Zeichenfolge, das gesamte gebildete Wort kennen. Wir wollen frühzeitig ungültige Präfixe verwerfen. Okay? Ja, wenn das eine Maßgabe ist, dann könnte man sich überlegen, Mensch, lass uns doch einfach ein Array benutzen. Ein sortiertes Array, in dem wir die ganzen Worte speichern. In einem sortierten Array, einem lexikografisch sortierten Array, also eins, das mit StringCompare, um das mal mit C0Library-Funktion zu sagen, gebaut wurde. In so einem Array werden nämlich Worte gleicher Präfixe benachbart. Okay? Ja, das ist super. Also wenn ich tatsächlich irgendwie schon einen Präfix gebildet habe, dann könnte ich den in meinem Array, vielleicht mit binärer Suche, irgendwie lokalisieren. Alle Worte, alle Worte, die mit diesem Präfix beginnen, werden in meinem sortierten Array sich in der Nähe des gerade eben gefundenen Eintrags befinden. Das hört sich eigentlich nach einer ganz cleveren Organisation an. Ich werde mal kurz ein Glas Wasser trinken. Und das ist auch so. Leider sind Arrays natürlich, wie wir schon jetzt gelernt haben, statische Datenstrukturen. Das Dictionary zu überweitern, irgendwie in der Mitte ein neues Wort einzufügen oder Worte zu löschen, würde bedeuten, ja, recht großen Aufwand zu betreiben. Denn wir müssen das Array natürlich irgendwie sortiert halten. Abgesehen davon ist ein Array eigentlich keine dynamische Datenstruktur, müssten vielleicht beim Wachsen des Dictionaries umkopieren und würden uns den ganzen Hassel an der Stelle irgendwie einhandeln. Hashing, wie ich eben gerade schon erwähnt habe, ist keine gute Methode, um dieses Dictionary zu verwalten, weil uns die Hash-Tabellen mit ihren Hash-Funktionen keine Möglichkeit geben würden, auf den Präfix eines Wortes zuzugreifen. In die Hash-Funktionen, so wie wir sie kennengelernt haben, werden jeweils ganze Worte, komplette Keys gesteckt. Dann werden die gesamten Bits des Keys irgendwie durch die Mangel gedreht. Daraus wird ein entsprechender Hash-Wert berechnet. Dieser gesamte Key ist uns aber noch nicht bekannt, wenn wir nur auf der Suche nach Präfixen sind. Also damit würde irgendwie eine Datenstruktur, die tatsächlich sich auf alle Bits eines Keys bezieht. Und das ist übrigens bei den Binary Search-Trees auch so, keine gute Alternative. Was ich stattdessen vorschlagen würde, und ihr habt euch das schon gedacht, das sind die TRI-Datenstrukturen, die wir in diesem Kapitel besprechen werden. Die unterstützen explizit durch ihre Konstruktionen in Rentschung die Suche nach Präfixen. Jetzt ist natürlich die Implementation von Bogle Games eine nette Sache. Es gibt auch andere Applikationen für diese TRIs. Es gibt eine ganze Menge, es gibt rein weise interessante Applikationen für den Einsatz von TRIs, für Datenstrukturen, die schon einen Zugriff auf ihre Elemente zulassen, wenn man nur ein Präfix der ersten paar Zeichen oder der ersten paar Bits des Datums findet. Ein weiteres Beispiel habe ich mal hier mitgebracht. Ich schalte mal hier rüber. Ihr kennt das alle. Das ist Google, die Google-Suche. Hier ist mein entsprechendes Google-Suchfeld. Wenn ich hier jetzt anfange einzuhacken, dann hat schon seit vielen, vielen Jahren Google einen sogenannten Type-Ahead oder Search Suggestions eingebaut. Das heißt, wenn ich nur die ersten paar Zeichen hier an der Stelle eingegeben habe, dann werden Suchen, die entweder von mir schon häufig durchgeführt wurden oder die von anderen Leuten sehr, sehr häufig durchgeführt wurden, als entsprechende Suchbegriffe vorgeschlagen. Ich werde nur einen Präfix meines Suchbegriffs eingeben, zum Beispiel TRY hier zum Beispiel, nur einen Präfix meines Suchbegriffs. Und ihr seht, wie Google vorschlagen würde, diesen Präfix irgendwie zu verlängern. TRIER, TRIerscher Volksfront, alles klar. TRIENT, TRIER-Inzidenz, wen wundert's, alles klar. Das sind entsprechende Vervollständigungen oder Search Suggestions, die Google generiert. Auf der Basis dieses Präfix TRY aus vier Buchstaben werden längere Suchbegriffe gebildet, die in einem Dictionary gefunden werden von häufig benutzten Begriffen oder von mir kürzlich benutzten Begriffen. Das wäre eine weitere Applikation, das wäre eine sogenannte Type-Ahead oder Search Suggestions. Okay, das hört sich interessant an, wie baut man sowas. Okay, und bevor wir tatsächlich zu der Implementation von TRYs kommen, die ich mit euch im Rahmen dieses Chapters irgendwie besprechen werde, würde ich euch gerne zwei Non-Solutions, zwei Nicht-Lösungen, zwei TRY-Datenstrukturen vorschlagen, die sich irgendwie eigentlich ganz gut anfühlen auf den ersten Blick, die dann aber doch definitiv Nachteile haben. Und das führt uns dann im nächsten Video, gleich am Anfang des nächsten Videos, auf die tatsächliche Implementation, die wir verfolgen werden. Okay, die erste Variante eines TRYs, okay, das wäre der sogenannte Multi-Way-TRY oder der MWT, okay, das sind Baumstrukturen, denn TRYs sind Präfix Bäume, okay, das sind Baumstrukturen, die aber nicht binär daherkommen, im Gegenteil, das sind Baumstrukturen mit einem sehr hohen Fan-Out. Also, ich gucke mir einen Knoten an, in diesem Baum, die Anzahl der Kinder, die dieser Knoten hat, die kann potenziell sehr, sehr hoch sein, okay, das ist der sogenannte Fan-Out, in einem binären Baum ist der Fan-Out 2. In diesen Multi-Way-TRYs, wie der Name das vielleicht irgendwie schon andeutet, werden die Kinder normalerweise deutlich mehr Kind-Knoten haben. In einem MWT, den wir benutzen würden, um dieses Bogle-Problem zu lösen, um einen Bogle-Spieler zu implementieren, da wäre der Fan-Out unserer MWTs 26. Okay, woher kommt die 26? Das sind natürlich die 26 Buchstaben unseres Alphabetes. Auf unserem Bogle-Board sind irgendwie die Zeichen A bis Z, lower oder uppercase, völlig egal, irgendwie verteilt. Das sind genau 26. 26 mögliche Zeichen, die dem aktuellen Zeichen in meinem Wort, das ich gerade suche, nachfolgen konnten. Ich habe einen entsprechenden Präfix meines Wortes in meiner MWT-Datenstruktur schon gesucht, jetzt möchte ich das entsprechende Wort fortsetzen. Einer von den 26 Buchstaben A bis Z könnte eine mögliche Fortsetzung bilden. Die Fortsetzung des entsprechenden Wortes werde ich in dem Teilbaum unterhalb des aktuellen Knotens speichern. 26 Fortsetzungen bedeutet, in meinem Knoten brauche ich 26 Teilbäume, die ich dort potenziell speichern kann. Und daraus ergibt sich aus dieser einfachen Idee, ergibt sich dann auch schon die Implementation so eines Multi-Way-Try-Knotens. Hier habe ich mal so ein Struct-MWT mitgebracht, das eigentlich nur zwei Felder hat. Hier das zweite Feld, das würde ich mir gerne zuerst anschauen. Das ist ein Array von Pointern. Alles klar, erinnert euch, wie man diese Typen zu lesen hat, von rechts nach links. Also das hier ist der Elementtyp meines Arrays. Das ist der Elementtyp meines Arrays. Das sind Pointer auf Struct-MWTs. Und davon habe ich gleich ein ganzes Array. Keinen Left- oder Right-Pointer, wie bei den Binärbäumen, sondern ein ganzes Array. Einen Array der Länge 26 von Teilbäumen, von MWT-Teilbäumen, die unterhalb meines Knotens hängen können. Und jeder dieser entsprechenden Einträge in meinem Array vertritt einen der Buchstaben. Einen der Buchstaben A bis Z, die ich benutzen kann, um das Wort, das ich derzeit suche, in meinem MWT fortzusetzen. Also N würde hier tatsächlich 26 sein, N Children, den wir zu speichern. Okay, was ich noch speichere in meinem Knoten ist ein entsprechendes Flag, ein Complete Flag. Weil ich jetzt pro Zeichen, pro Zeichen in meinem entsprechenden MWT einen einzelnen Knoten vorsehen werde, kann ich irgendwie dem entsprechenden Key, diesem einzelnen Zeichen, nicht von vornherein anschauen, Mensch, bist du ein komplettes Wort in meinem Dictionary? Vielleicht bist du erst nur eines der Zeichen, eines Präfixes eines Worts, das ich erst noch zu kompletieren habe. Okay, sollte es sich bei dem Zeichen tatsächlich um das letzte Zeichen in einem Wort gehandelt haben, ja, dann wird ja tatsächlich mein Complete Flag auf True gesetzt. Ja, Details dazu gleich auf der nächsten Slide. Ansonsten, wenn ich nur ein Buchstabe bin innerhalb eines Präfixes, eines noch nicht kompletten Wortes, dann werde ich mein entsprechendes Complete Boolean Flag hier auf False setzen. Okay, das hört sich eigentlich gar nicht schlecht an. Mit jedem Abstieg, mit jedem Abstieg in diesem Multi-Value Try sehe ich ein weiteres Zeichen. Entscheide ich mich für ein weiteres Zeichen, mit dem ich meinen aktuellen Präfix verlängern werde. Mit welchem Zeichen verlängere ich? Ja, das entscheide ich dadurch, indem ich in welchen Subtree hier, in welchen Subtry ich absteige. Der erste Eintrag in meinem Children Array würde dem A entsprechen, der letzte Eintrag in meinem Children Array, der würde dem Z entsprechen und ihr könnt euch schon denken, wie die ganze Sache sich generalisiert. Okay, das bedeutet natürlich, dass fast alle Slots in meinem Children Array werden Null Pointer sein. Okay, weil die meisten Fortsetzungen eines Präfixes werden nicht zu gültigen Worten in unserem Dictionary führen. Okay, wir können davon ausgehen, und wir sehen das gleich auf dem entsprechenden Beispiel auf der kommenden Folie, wir können davon ausgehen, dass sich tatsächlich die allermeisten Children Entry, die wir hier finden, die werden sich tatsächlich mit Null einstellen. Okay, alles klar. Der Platz, den wir irgendwie aufzuwenden haben, ist also doch dann relativ groß. Und wir werden in diesem großen Platz, in diesem Struct-MWT, den wir für jedes Zeichen irgendwie anlegen müssen, dann doch eine ganze Menge Bytes vorsehen. Man könnte sich das überlegen, also hier der entsprechende Boolean hier, der wird wahrscheinlich ein Byte nur verbrauchen. So ein einzelner, so ein Complete Boolean-Flag lässt sich in einem Byte auf jeden Fall darstellen. Was ich auf jeden Fall bräuchte, wäre die Verwaltungsinformation für dieses Array hier. Okay, in jedem dieser Array würden sich aber 26 Einträge befinden, und in jedem dieser Einträge, das wäre ein Pointer, eine Referenz auf einen weiteren MWT-Knoten. Je nachdem, in welcher Architektur wir uns befinden, hat so ein Pointer 4 oder 8 Bytes. Also ein Byte hier, 4 Byte für das Children-Array, 26 mal 4 Bytes Einträge für diese Pointer auf die Subtries. Das sind weit, weit über 100 Bytes, die ich mir, wie hier, mit jedem dieser entsprechenden MWT-Knoten auf dem Heap einhandle. Das kann durchaus ein echtes Platzproblem darstellen. Der Zugriff auf Worte innerhalb meines MWT-Way-Try ist aber sehr, sehr effizient. Gibt mir ein Wort der Länge K, dann weiß ich, dass ich zur Tiefe K, bis zur Tiefe K in meinem MWT absteigen muss. Wohin muss ich absteigen? Super einfach. Ich gucke mir einfach zunächst das erste Zeichen in meinem Wort, in meinem gesuchten Schlüssel an. Und weiß damit sofort, aufgrund des ersten Zeichens, in welchen Subtry ich einzusteigen habe. Wenn ich dort angelangt bin, in der Wurzel des ersten Subtry, gucke ich auf das zweite Zeichen, das mir sofort sagt, in welchen der 26 weiteren Subtries ich abzusteigen habe und so weiter und so fort. Genau nach K-Navigationsschritten, genau nach der Länge des Wortes, werde ich mich in dem entsprechenden letzten Knoten innerhalb meines MWTs befinden. Dort kann ich das Boolean Check, das Complete Boolean Flag testen, um zu sehen, ob ich damit tatsächlich mit diesem Wort eine Knoten angefahren habe in meinem Try, der tatsächlich einem kompletten Wort entspricht. Okay, also das geht in O von K. Das ist sogar schneller als in binären Suchbäumen. Wenn wir einen Suchbaum bauen, über den Dictionary mit D-Worten, ich kenne D-Worte, D-gültige Worte in meinem Bogle-Game und ich bin gerade auf der Suche nach einem Wort mit K-Zeichen, dann werde ich hier diese Tiefe, mich in dieser Tiefe in einem schön balancierten binären Suchbaum, werde ich mich in diese Tiefe irgendwie begeben müssen. Okay, Logarithmus 2 zur Tiefe D, das sieht gut aus. Aber an jedem, an jedem der entsprechenden Knoten muss ich mir entscheiden, soll ich jetzt nach links oder nach rechts absteigen? Ja, an jedem der entsprechenden Knoten muss ich tatsächlich einen Vergleich von K-Zeichen durchführen, um tatsächlich zu entscheiden, ob ich nach links oder in den rechten BST-Subtree irgendwie absteigen muss. Okay, also auf all diesen Ebenen meines binären Suchbaums muss ich tatsächlich alle Zeichen anschauen. Nach Präfixen zu gucken ist sowieso unmöglich hier in diesem BST, aber das wäre der entsprechende Aufwand, der mich an der Stelle trifft. Okay, da sehen die Tris oder die MWTs an der Stelle eigentlich besser aus. Ich habe einen MWT mitgebracht und es weiß, dass ein MWT, der drei Worte in einem Dictionary darstellen kann. Hier sind die drei Worte, T, Team und Tent. Okay, die haben schon gemeinsame Präfixe hier, diese TE-Präfixe, die teilen sich alle Worte oder diesen TEA-Präfix, den sich die ersten beiden Worte teilen. Und tatsächlich würde sich ein Multi-Way-Try irgendwie in folgender Form aufbauen. Tatsächlich wird ausgenutzt, dass verschiedene Worte, verschiedene Einträge in meinem Dictionary tatsächlich Präfixe haben. Und ihr seht, dass der entsprechende Präfix TE, der von allen drei Worten geteilt wird, tatsächlich nur einmal dargestellt wird. Und dass der Präfix TEA, der von zwei Worten geteilt wird, tatsächlich auch nur einmal dargestellt wird. Das hört sich sehr, sehr platzeffizient an, wenn ich einfach auf die MWT-Datenstruktur auf dem Papier schaue. Übrigens ist das Sternchen hier das Buhlsche Complete Flag. Okay, an dem kann ich ablesen, dass weder TE noch TE noch TEN ein komplettes Wort sind, das sich hier in meinem Dictionary findet. Erst wenn ich bei der Navigation auf einen Knoten treffe, der tatsächlich mit einem Sternchen markiert ist, weiß ich, ja, tatsächlich habe ich hier ein komplettes Wort aus meinem Dictionary vor mir. Ja, das hört sich nach einer super Idee an. Und tatsächlich ist das ein Multi-Vale-Try, der, ja, ihr seht, tatsächlich hier nur einen gültigen Nachfolger hat oder hier in dem Knoten E zwei gültige Nachfolger hat. In unserer Implementation, der man hier auf der linken Seite sieht, das ist hier ein StructMWT, das ich jetzt gerade irgendwie highlight und abfahre. In so einem StructMWT findet sich aber die Vorbereitung für 26 Children Pointer. Okay, ja, das hier ist tatsächlich der Wurzelknoten, den wir irgendwie unten rechts dargestellt haben. Der Wurzelknoten, der hier mein Zeichen T vertritt an der Stelle. Ja, hier oben vorne ist das Bull'sche Complete Flag, das an der Stelle noch auf False gesetzt wird. Ihr seht hier 25 Null Pointer, die mein entsprechendes T umgeben. Ja, aber hier, mit dem T einem gültigen Wort, mit einem gültigen Präfix der Worte in meinem Dictionary kann ich tiefer in den Baum absteigen. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich, ich habe ein T gelesen und erkannt. Ja, ist das schon ein vollständiges Wort? Nein, ist es nicht. Ich könnte so ein mit T beginnendes Wort mit dem Zeichen E fortsetzen. Das ist der einzige Non-Null Pointer in diesem StructMWT hier. Der einzige Non-Null Pointer, ihr seht die ganzen Nulleinträge, die ich hier hinterlassen habe. Hinter diesen Punkten verbirgen sich irgendwie Nulleinträge. Ja, nur hier, mit dem entsprechenden Zeichen E kann ich den bisher gelesenen Präfix T fortsetzen und habe jetzt den Präfix TE gelesen, wenn ich in diesem Knoten angehe. TE, ist das schon ein gültiges Wort, ein Complete Wort in meinem Dictionary? Nein, ist es nicht tatsächlich. Ja, ich kann von hier aus mit dem Präfix TE in zwei Subtrees, ja, hier, der, der mit N weitergeht und der, der mit A weitergeht, tatsächlich meine Suche im Vortsetzen. 24 weitere Null Pointer sind hier an der Stelle gespeichert. Alles klar. Ja, ihr seht schon, wie es weitergeht. Ich gehe mal hier in den entsprechenden Teilbaum, der mich in die Präfixe, der die Präfixe TEA vertritt, irgendwie tiefer rein. Okay, ja, ich bespreche den entsprechenden Teilbaum. Jetzt habe ich den Präfix TEA gelesen. Ist das ein komplettes Wort? Ja, tatsächlich, das wäre ein komplettes Wort. Das Boolean Complete Flag is of True. Ich könnte aber noch weiter absteigen, diese 25 Null Pointer ignorieren und hier über das M weiter absteigen, bis ich hier auf diesen MWT-Blattknoten treffe, der mit sagt, dass der Präfix TEAM auch ein komplettes Wort ist. Und ich denke, ihr habt die entsprechende Idee verstanden. Das ist eine Darstellung meines Multi-Way-Try, die sehr, sehr clever aussieht, aber mit deutlichen Platz-Overhead daherkommt. Mit deutlichen Platz-Overhead, den wir an der Stelle irgendwie gerne vermeiden würden. Lässt aber sehr, sehr effizienten Zugriff zu. Und ich denke mal, mit der Diskussion, die wir bisher hatten, müsste sie eigentlich fast in der Lage sein, so ein MWT nachzuimplementieren. Nutsch, nutsch. Okay, alles klar. Also, sehr, 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 sehr breite Knoten. Sehr, sehr byte-intensive, heap-platz-intensive Knoten, die wir an der Stelle angelegt haben. Das führt mich zu der alternativen Idee, nicht mit Multi-Way-Tries, die hier mit einem hohen Fan-Out und einer ohne Ende-Anzahl von Children-Pointern daherkommen zu arbeiten, sondern vielleicht mit Binary-Tries. Binary-Tries, die versuchen tatsächlich, den hohen Fan-Out von unseren MWTs zu vermeiden. Okay, ihr könnt ja schon denken, wo das Wort Binary herkommt. Jeder Knoten in so einem Binary-Try wird genau zwei Nachfolge haben. Okay, also keine langen Arrays mit null beladenen Try-Pointern, die wir da verwalten werden. Wir werden jedem Knoten einen Fan-Out von zwei zuordnen. Jeder Knoten kann genau einen linken und rechten Nachfolge haben. Okay, um das zu realisieren, werden wir die Schlüssel K, also die Worte zum Beispiel in unserem Bogle-Game oder die entsprechenden Worte, die Zeichen des Wortes T-R-I-E als Präfix meiner Suche in Google, die werden wir nicht in einzelne Zeichen zerlegen, sondern wir werden die einzelnen Zeichen dieser Worte sogar in einzelne Bits zerlegen. Okay, das ist das, was ich hiermit an der Stelle mit Schlüssel K in einzelne Bits zu zerlegen. Okay, wir wissen aus wie vielen Bits so ein ASCII-Zeichen, wie zum Beispiel das T, besteht, nämlich aus sieben Bit. Genau in diese sieben Bit würde ich das entsprechende Zeichen T zerteilen. Okay, das gibt eine ganze Latte, eine ganze große Sequenz an Präfix-Bits, die ich mir greifen würde, um meine Suche in meinem Binary-Try zu starten. Okay, was ich dafür bekomme, ist, dass jeder Knoten meines Try nur genau zwei Nachfolger benutzen muss, nämlich einen Nachfolger, den ich besuche, wenn das aktuelle Bit, das ich mir gerade anschaue in meinem Schlüssel, wenn es 0 ist oder wenn es 1 ist. Einen weiteren Wert kann ein entsprechendes Bit des Schlüssels K nicht annehmen. Ein 0-Bit führt mich in den linken, ein 1-Bit führt mich in den rechten Teilbaum meines Binary-Try. Okay, ich habe hier mal ein anderes Beispiel mitgebracht, ein Binary-Try, der mir die Menge von Integers 1, 3, 4 darstellt. Also ich speichere drei Einträge, das wären die Schlüssel, hier ist der Schlüssel 1, der Schlüssel 3, der Schlüssel 4. Die Idee der Binary-Tries sagt, zerlege diese Schlüssel in einzelne Bits. Okay, als Service für euch habe ich die entsprechende Bit-Zerlegung meiner dezimalen Schlüssel 1, 3 und 4 hier mal aufgezeichnet. Die 1 dezimal zerlegt in ihre Bits ist einfach nur die 1, die 4 in ihre Bits zerlegt ist 1, 0, 0. Okay, wenn wir jetzt gleich diese Bits anschauen, um uns in dem Binary-Try zu bewegen und dort zu navigieren, hier als Hinweis, wir gucken auf das niederwertigste Bit zuerst. Wir werden also diese Bit-Sequenzen hier zum Beispiel von der 4, ich muss ein bisschen mehr fokussieren, von rechts nach links anschauen. Okay, also werden wir erst das 0, dann ein weiteres 0 und am Ende dann ein 1-Bit sehen, wenn wir uns in der Navigation unseres Baumes nach der 4 umschauen wollen. Okay, suchen in so einem Binary-Try beginnen immer oben in der Wurzel, wie so oft in diesen Suchbaum-Datenstrukturen. Alles klar. Lass mich das mal wieder groß machen. Genau, wir werden also hier oben in der entsprechenden Wurzel einsteigen und wenn wir uns tatsächlich auf der Suche nach der 4 begeben wollen, dann werden wir erst das niederste Bit 0 inspizieren, werden uns dann links bewegen, weiteres 0-Bit werden uns dann nach rechts bewegen und werden dann hier einen entsprechend markierten Knoten, den ich hier, wo ich hier die 4 hinterlassen habe, irgendwie finden, der uns sagt, ja tatsächlich, die 4 ist in meinem Dictionary oder in diesem Fall der Menge der natürlichen Zahlen, die du speichern wolltest, tatsächlich irgendwie enthalten. Okay, und ich denke, ihr seht die entsprechende Idee, die ich hier dargestellt habe. Und tatsächlich befindet sich hier die 1 und die 3 in diesem rechten Strang. Das ist die Binary-3-Darstellung der Menge 1, 3, 4. Das sieht gar nicht schlecht aus. Keine Platzverspendung jeweils in den einzelnen Knoten, weil ich jeweils nur zwei fixe Nachfolgerpointer zu speichern habe. Das kann ich mit 8 Byte darstellen, zwei solche Pointer. Das sieht besser aus als 26 mal 4 Byte, die ich da zu speichern habe. Aber ich brauche eine ganze Menge von diesen Knoten. Ich brauche eine ganze Menge von diesen Knoten, weil ich jedes einzelne Zeichen meiner Bogle-Words zum Beispiel in ihren ASCII-Code und dann diese ASCII-Codes in einzelne Bits zerlegen muss. Also ein Wort, ein Wort der Länge K Zeichen wird in K mal 7 Bits zerlegt. Das führt mir zu einer sehr, sehr tiefen und sehr, sehr langen Navigation in diese Binary-Tries. Das verschwendet ordentlich Zeit. Ich muss natürlich eine ganze Menge von diesen Knoten, die sehr einfach sind, anlegen, die sehr, sehr kompakt sind. Aber ich werde davon eine sehr große Anzahl an Knoten brauchen. In der Hinsicht verschwenden auch die Binary-Tries an der Stelle wieder Platz. Und beim tiefen Abstieg, beim bitweisen Abstieg in diese Binary-Tries dann auch wieder Zeit. Okay, also ich habe das Gefühl, dass diese Try-Idee eigentlich in eine sehr, sehr interessante Richtung führt und sie erlaubt uns tatsächlich, unsere Suchenschunde zu beginnen und durchzuführen, wenn wir nur einen Präfix der entsprechenden Schlüssel finden, kennen. Das hört sich gar nicht schlecht an, aber das Platzproblem und das Effizienzproblem, das wir uns an der Stelle einhandeln, das würde ich gerne ein bisschen systematischer angehen im Rahmen dieses Kapitels. und das ist genau unsere Mission hier in den folgenden Videos des Chapter 11. Ich hoffe, ihr bleibt dabei am Rohr, haut rein und macht's gut. Wir sehen uns im Video 69, glaube ich, wieder. Ciao.